hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge youtubers live ich habe wieder mal keine ahnung was die in der letzten folge passiert ist muss erst mal wieder schauen was wir gemacht haben ist ja doch schon wieder ein bisschen eher für mich zumindest das war schon mal der sound dass unsere zuschauer der streams wurde okay wir haben eine neue reaction du denkst dass es besser ist okay was haben wir denn was haben wir denn wir haben den alles mit erinnern mit sind wir sozusagen heißt es wäre jetzt noch lehrer die und hat sie ja wir haben ja nix doch ich habe nicht gemacht oh mein gott haben wir wirklich die scheiß jacht verpasst oh mein gott ich bin auch so ein trottel egal ja gut der das video mit ich sag das hätten wir bei dem usb stick ja das kann ich wieder weg machen und das kann ich wieder aufhängen also ich bin schon wieder vergessen video oder stream ich mach einfach ein video fertig okay stream okay stream ja ja das klaut ist easy let's go okay stream okay 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 Let's go. Oh, damn. Oh, sie war ja hacked. Happy, jetzt tun wir damit. I'm just kidding. Dieses Jahr ist wirklich halt die Augen von der Ecke zu unterbinden. Okay, keine Ahnung. Warte, ich mach das jetzt nochmal. Warte, weil ich das nicht ausgerüstet hatte. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich kann ihn nicht mobieren, weil ich zu wenig Energie hab. Oh. Oh. Okay, nochmal. Oh. 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 Ah, wie geht das denn? Ja, okay. Gerne Augen, wie das mit seiner Aufgabe funktioniert. Äh, wir gehen jetzt erstmal zu Aaron. So, dafür müssen wir den Trottel erstmal wieder finden, ne? Ah, shit. Sigi! Hey! Dude, moin! Ich muss kurz Flaschen hier aufs Seiten schieben, ich muss schauen was Sigi mag. Okay, best gift guide. Okay, best gift guide, sagen wir wieder. Wo ist er denn? Sigi. Da ist er ein bisschen. Okay. Ja, okay, ich hab' auch was das alles ist. Ah, hier kommen wir nicht runter. Wo ist die Hunde? So, let's go. Huh? Was war das? Was hab ich da auf die Obe? Ist das Ding aber bloß am Strand liegen, oder? Eja, wir können ja so Müll wegmachen. Okay, weird. Da muss hier noch mal was loswerden. Ja egal, wenn wir noch mal was haben, oder was kann ich mit dem hier machen? Ach, die Trash-Talk-Chelle, okay. Okay. Nice. So, aber wo ist Eren? Wo ist der Mann? Okay, vielleicht finden wir ihn irgendwo in der Innenstadt, oder? Ich weiß gar nicht, wie das andere Viertel. Hi Edgar. Hi Edgar. Ja. Ja, jetzt wird's natürlich schon wieder Nacht, toll. Okay. Erstmal zu Katzia. Hallo, schau mal auf, hab da was für dich. Was ist das für die EMT-Codes? Geek2B, ich hab alles schon wieder vergessen, egal. Mein Gott, ist ja gar nicht mehr mein Haus hier oben, huch. Da müssen wir ja hin. Okay, sie packt im Bett kurz. Millions sind wir mittlerweile, heilige Scheiße. Oh, Skandal ist angesagt. Habe ich dafür was? Ne. Okay, Kraken, Geek2B und RetoWorld, ich weiß schon gar nicht mehr was RetoWorld war. Aber egal, das werden wir hinbekommen. Genau, Kraken. Da ist jetzt keiner mit dem ich reden müsste. Shrimp. Let's go. Ähm. 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 Da haben wir jetzt 2 von 3, 4 Rest müssen wir bis Wochenende warten, okay. Dann schauen wir jetzt einfach nochmal hier rum. Da will ich irgendwo Arum finden, aber der... Der wird hier nirgends wohl sein. Amigot, moin. Ja, komm. Jetzt müssen wir einfach nur nachschauen auf der Yacht, die Yacht ist ja schon wieder weg, ne. Die war ja bloß am ersten Wochenende da und das habe ich ja verkackt. Ja, cool. Ach, geil, total. Nee. Der ist nirgends wo, okay. Dann zurück in unser Haus. Das ist nirgends. Haha, wir unlocken den Shrimp. Okay, das ist eins unserer schlechtesten Videos, cool. Okay, das ist eins unserer schlechtesten Videos, cool. Da, 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 da. Oh. Ah, okay. jetzt werden wir so viele videos wir haben die 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 das Eins. Zwei. Ist gut noch schlechter. Ich würde sagen, was ist mit dieser Folge. Lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut euch im nächsten Mal vorbei. Tschüss.